1, 2, 1, 2, 1. Werte Zuschauerinnen, werte Zuschauer, herzlich willkommen hier auf der Sportstätte in Elster. Ich begrüße ganz herzlich den Oberbürgermeister der Stadt Zahner Elster, den Peter Müller, und den Ortsbürgermeister der nicht mehr geeigneten Kommune Elster, den Wolfgang Fröhr, sowie alle anwesenden Stadträte und Ortschaftsräte, sowie natürlich hier alle unserer Eintracht. Ja, wir haben ein freudiges Ereignis, welches wir kundtun wollen. Die SV Eintracht Elster ist ja seit vielen Jahren hier schon im Ort aktiv und einer der größten Vereine auch hier im Umfeld. Und dieses Vereinswesen funktioniert nur dann, wenn unsere Stadt wie auch Sponsoren hier entsprechend unser Vereinsleben unterstützen. Und wir wollen heute den Tag nutzen, um hier unserer Sportstätte einen neuen Namen zu geben. Also unsere Sportstätte wird mit dem heutigen Tag Sprale Sportpark heißen. Und die Zukunft unterstützen werden. Ganz großer Dank an der Stelle gilt natürlich auch allen anderen Sponsoren, die uns hier viele, viele Jahre die Treue behalten haben. Und deshalb auch nochmal ganz herzlichen Dank an die beiden Geschäftsführer hier der Brale, die uns in nächster Zeit unterstützen werden. Vielen Dank. Der Ort hat uns hier kräftig unterstützt. Schützenhilfe bei der Namensgebung von unserer Miss Elvenix, der Lisa Weder, die hier dann letztlich auch den Ort mit vertreten. Ein kleines Dankeschön für die Unterstützung wird überreicht von Thomas Küder, von Fritz Veil sowie von Roland Fleck, dem Abteilungsleiter der Abteilung Fußball, die hier beiden Herren dann entsprechend nochmal ein großes Dankeschön aussprechen wollen. Und hier haben wir noch so eine kleine Equipment. Wow, Jörg, ich bin nochmal bei dir, herzlichen Dank für deine Unterstützung. Mit dem Schal und das kannst du irgendwie im Büro hinhängen oder kannst du nochmal in deinen Daimler hängen. Oder hinten hängen. Erstmal vielen Dank, wa? Und auf weiterhin. Gutes Dank. Ich hab noch was. Ich hab noch was. Freikarten für das pedalische Miss League, oder was? Das ist ja sehr sehr. Nicht ganz. Da müssen wir noch einen Bayern haben. Du kannst vom Fernseher sitzen in den Whisky-Illis.